Ist zwischen uns alles in Ordnung? Tja, mittlerweile weißt du so viel über mich, dass ich wohl da bleiben muss. Also, alles auf den Weg. Der kommt nicht. Er bleibt da. Wieso kommt der da nicht weg? Graf ich nicht. Wieso kommst du nicht weg? Wieso willst du immer wieder? Was ist denn los mit dir? Wann gehst du denn? Hä? Sag mal, wohin geht der denn? Wohin schwimmt der denn jetzt? Was ist denn los mit dem Kerl? Ist der irgendwie behindert? Die Strahlung tut ihm nicht gut, selbst als Gull, oder wie? Er ist jetzt komplett kaputt. Er kommt nicht weg. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Äh? Ich sehe ihn nicht mehr. Jetzt ist er da oben. Warte zur Hölle, was macht der denn? Was ist denn los mit dem? Kriege ich den dann wieder weg? Also, wie kriege ich den dann wieder zu mir zu folgen? Ich kann ihn ja jetzt nicht mal mehr ansprechen. Was ich jetzt probiert hätte, wäre, ihn wegzusticken, damit er nach Statehouse geht. Und ihn da wieder einsammeln, quasi. Aber er ist ja jetzt auch unter Wasser und das heißt, ich kann nicht mehr mit ihm reden. Er will hier nicht mehr weg. Er hat hier irgendwie keine Wegpunkte. Er hat sich irgendwie irgendwie hin teleportiert wohl. Als er das erste Mal hier war, hat er sich wohl hier hin teleportiert und das kommt dann nicht mehr weg. Hey. Hey, du. Hey. Was ist los? Bleib da. Ich bin bereit. Und los. Ich bin bereit. Ich bin bereit.